Reality-Stars Pia Tillmann und Siko Banach sind nun stolze Eltern. Am 21. März um 8.38 Uhr verkündete Pia Tillmann freudig die Geburt via Instagram. Die frohe Botschaft teilte das Paar mit, indem sie den Weg ins Krankenhaus posteten. Die Geburt per Kaiserschnitt war geplant, bedingt durch die Größe des Babys. Details wie Name oder Foto des Babys bleiben noch ein Geheimnis. Die Beziehung der beiden begann am Set von Köln 50667. Siko Banach spielte damals Pia Tillmanns früheren Geliebten. Im Juni 2022 machten sie ihre Beziehung öffentlich. Nach ihrem Ausstieg aus Köln 50667 konzentrierten sie sich auf ihre kleine Patchwork-Familie. Pia Tillmann hat in die Beziehung nämlich schon einen Sohn aus einer früheren Partnerschaft mitgebracht. Und auch der wird sich sicher freuen, nun ein großer Bruder zu sein. Das gemeinsame Kind krönt jetzt ihre Liebe und startet ein neues Kapitel zu viert. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.